Ich sollte besser meinen Mund halten. Es wird irgendwie nicht besser. Nein, ich schalte die Klappe. 96, 97, 98. Komm. Ich bin unterwegs. 99, 100. Der Anhänger ist voll. Tada. Tschüssi. Eindeutig, zweideutig. Ja. Hallo, Domi. Hallo, Ophi. Mit Akku kann man kurz nur tauschen. Ich weiß nicht, ob ich so einen Akku getauscht haben möchte. Ich auch nicht. Äh, ja. Viele, viele bunte Bilder. Hau, 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 hau. Keine Smarties? Nein. Wie kommst du jetzt? Ich möchte Smarties. Ja. Ja, ich bin doch ein süß Maul. Das wisst ihr doch. Du bist ein Zuckerjunkie. Ja. Ich rede vom Auto-Akku. Ah, jetzt verstehe ich das. Warum sagst du mir das denn nicht gleich? Ja, was dachtest du denn für ein Akku? Was ist die Taschenlampe? Handy-Akku. Zweideutig mache Leben der Spaß. Da hast du eindeutig recht mit. Kann man nur nicht immer machen. Vor allen Dingen nicht, wenn man in der Öffentlichkeit ist. Richtig. Hier sollte man sich eindeutig zurückhalten. Mhm. Mit zwei Deutigkeiten. Ja. Nimm doch mal einer. Das gibt Fisch aus meinem Gesicht. Oh. Na, Herr Landvogt, sind Sie jetzt fertig? Ja, ja. Ja, ja. Äh, womit? Keine Ahnung, aber fertig. Gut. Mit dem Hin- und Hergedrösel? Ja, mit dem Gewindel. Ich war schon wieder eine Bahn weit. Was macht denn das Dorsten nebenbei? Warten. Mit Jonglieren. Also der Stream gefällt dem Torsten gar nicht. Ah, hä? Wo? Der mag der überhaupt nicht. Enes, was machst du denn da? Kuscheln, würde ich sagen. Halt, Entschuldigung, das sind die Tabletten. Dann ist es vollkommen in Ordnung. Ich habe da so ein kleines Problem mit der Koordination im Moment. Geht deine Motorik ein bisschen unter? Ja, so ein kleines bisschen. Vollkommen in Ordnung. Vollkommen in Ordnung. Du denkst dir links und 30 Minuten später kommt links, ne? Ja. Komm, du ruhig genudeln. Komm, du ruhig genudeln. Er reagiert nicht. Mit Jonglieren? Also du willst mich nicht jonglieren sehen? Nein. Jetzt sei denn, du willst ständig alles aufheben. Ich habe es mal versucht zu jonglieren, aber, ne. Kriege ich nicht hin. Glaube, jetzt müsste ich richtig sein. Ja, dafür bist du jetzt auch. Ja, jetzt bist du auch voll. Perfekt. Gut, dann bin ich weg. Tata. Tschüssi. Tschüss. Da kommt noch Anja. Ja. Warte, darfst du nicht dran? Der kam hinter mir. Der kam hinter mir. Hinter mir. Nee, oben links, um links, um links, um links. Ja, aber eigentlich kam er nach mir dran. Ach so. Ja. Ach so. Ja. Bäh. Ich habe doch angefangen mit abtanken, abladen, abfahren, abdienzen. Abdienzen finde ich gut. Ja, abdienzen. Komm, wir gehen uns ein, abdienzen. Ja. Oh. Ich war heute baden. Ah ja. Das hat die Muskeln ein bisschen gelockert und entspannt. Ja, vielleicht hast du dann heute Nacht keine Zappelidis. Meinst du? Ich habe dazu meine Zweifelchen. Schlimm wäre es, wenn die richtige Zweifel hätte es ja mal zu tun. Wie viel können wir denn sehen, wenn wir oben sitzen? Ja, genauso viel wie sonst auch Janis. Ja, machen wir es ja bald. Und wo war denn da denn? Auch nicht schlecht. Und so ist wieder Waltina unterwegs. Ach so. Oben zocken, unten gucken. So, kann man das auch machen. Ja, aber wenn sie bald einen riesengroßen PC hat und einen riesigen Schreibtisch mit vier Bildschirmen und alles, dann ist doch alles gut. Oh, der Meitel hasst mich bald. Ja, zum Glück habe ich nur zwei Augen. Hä? Hä? Ja, ich wüsste gar nicht, wohin ich gucken sollte, wenn ich vier Bildschirme hätte. Noch nicht ganz. Mit drei Augen geht es noch. Ich habe auch vier Bildschirme und zwei Augen. Ich habe drei. Drei Bildschirme? Ja. Oder drei Augen? Angeber. Drei Bildschirme. Mit einem zock ich, mit dem anderen habe ich Scott Off und der andere ist Ritch Off. Der untere bekommt keine Luft? Nein, da fehlt ein ganz bestimmtes Bauteil, ne? Ja, glaube ich. Einer reicht noch aus. Damit du andere Geräte open hast, damit du Steam gucken und lesen kannst und so, dann reicht einer aus. Oben habe ich die Scott, rechts habe ich Twitch, links habe ich die Anja und geradeaus ist mein Spielemonitor. Der untere ist ein Tablet. Ja, der bekommt keine Luft. Muss er ins Beatmungszelt oder sowas? Der Sprachstelle ist übers Handy. Braucht er nicht? Der braucht noch. Kein Beatmungszelt. Hinten zieht er Luft. Da habe ich doch gesagt. Da kam aber irgendwie nicht so viel an. Ich hatte gesagt, Peng. Peng. Wir haben es bald geschafft. Ja. Ja. Ja, es ist nicht mehr viel. Nur noch ein kleines... Geräte niemals auf Stoff stellen können die nicht haben. Da hast du recht mit, Herbie. Peng von Herbie. Die geht doch. Ja. Ist in Kronenbock. Auch die brauchen Luft. Zum Kühlen. Peng. 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 Peng von Christian. Der wird herumgepankt. Peng. 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 oben ist der lüfter so jawohl der war gut der war spitzenmäßig danke bitte klippen ja toll und prozessor sitzen auch oben bitte klippen klipp die klipp da funktioniert die motorik nicht und torsten drückt die falschen klassen jetzt verstehe ich irgendwas nicht bei mir bei mir weil die abhängen taste unter der 1 ist und ich habe nicht die 1 gedrückt sondern die andere tatsache ja da ist genau von höher wie seiner seiner untersetzt lüfter das war es mir wieder komplett voll abgeschossen den vogel ja was für ein vogel so ein kleiner spatz oder eher so ein kondor ein ja ein ja das heißt such dir einen aus ok ein torstenvogel ja weisskopf adler weisskopf see adler nein da steht weisskopf adler von christian is got link tik tok link der youtube link danke herbie wir haben es bald geschafft das film ist bald zu ende bedanke mich schon mal bei meinen mitspielern bitteschön 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 immer wieder gerne schrankedön schranken 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 und schön dass die rami mitgemacht hat aber gerne doch komm ich kann mal kuscheln machst du ja sowieso egal ob ich nein sag wir danken äh danke euch ja und wie wir danken du wirst jetzt ein kaffee trinken zum wohl zum wohl zum wohl mein schoko cappuccino ist alle all all wer waren da da war sie nicht ich auch nicht ja ihr wart es nicht nein dann war es deine katze ich fürchte ich war es selbst wir danken für die unterhaltung dankeschön allen einen schönen abend eine angenehme nacht schlaf gut bis morgen Hörbi dir und deine frau eine angenehme nacht schlaf gut haben einen schönen abend super schön aus Wiem ja bin ich auch danke Hörbi mit Stienbich und Herzchen und Schlapperlappen betriebskosten fahrzeuge betriebskosten fahrzeuge das heißt Thorsten ist aber weg oder ist Anja weg nein ich bin immer noch da Anja ist noch hinter mir ganz viele herzchen von Christian danke ich habe ja die hoffnung dass ich noch ein bisschen was abdrücke alle zusammen einen schönen abend zusammen euch auch gute nacht Hörbi viel spaß beim weiter couchen beim getrennten weiter couchen so extrem couching extrem couching das mache ich morgen wenn ich von der arbeit komme extrem couching das kannst du aber annehmen ganz viele herzen von Michael und Fleischbienchen von Hörbi danke schön ja ich glaube ich krieg nichts mehr aus weiß ich nicht ob die Rami gleich voll ist zumindest der Anhänger voll gedrönt ist sie ja schon Ende Ende im Gelände und ich bin bei 98% OBI ich habe gar nichts gemacht nur eine Flasche Bier getrunken ich habe nur geknuddelt ja ja obwohl ich ja gar nicht wollte äh äh völlig halt knuddelt er mich einfach trotzdem hier also wirklich ciss 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 also wirklich ne 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 die Ernte mal schenken zum Klappen ganz viele Knuddels von Tina dann kann der Torsten den ja schon mal wegfahren den 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 Hallo Torsten. Hallo Torsten. Hallo Torsten. Hallo Uppi. Ich weiß nicht, vor dir hab ich Angst. Du bist mir heute schon zweimal reingeknallt. Vielleicht kann ich die Rami noch ein bisschen durch die Gegend schubsen. Wehe. Aber Anja hat es ja gut, die braucht ja den LKW nicht zurück. Ja. Dafür aber den Sarg. Die haben nicht getankt. Ja klasse. Du kriegst ja doch nicht so viel. Nee. Zumindest nicht so viel wie ein Rode. Ja. So, aber wir sind am Ende angekommen. Direkt passend. 200 Stunden ist das schön. Meine lieben Zuschauer, danke, danke, danke fürs Zuschauen, fürs fleißige Mitmachen. Ich schau mal, ob ich irgendwo hinreden möchte. Wir könnten ja irgendwo hinspringen, wo wir schon lange nicht mehr waren, ne? Ja. Keine Ahnung. Zum Lami. Ach, so lange nicht gewesen. Der Lami freut sich immer. So, ich wünsche euch einen schönen Abend noch. Lasstet euch gut gehen und noch einen guten Appetit für die, die noch was zu essen kriegen. Danke an die ganzen neuen Follower, an die Sub und Gifted Sub Spender und an die edlen Bitch Spender. Dankeschön. Danke für eure Unterstützung, für mich und Omi. Oder für Omi und mich. Das Eselding, glaube ich, immer zuerst. Und damit bin ich dann raus. Und tschüss. Tschüss zusammen, gute Nacht. Tschüss.